Herzlich willkommen zu einer neuen Fug-Fordnet. Heute gibt es dann wieder neue Challenges und zwar die Stürme, die Agentur bzw. die Storm the Agency Challenges sind tatsächlich alles relativ leichte Challenges. Allerdings bekommen wir dafür tatsächlich kostenlose Items und natürlich auch kostenlose EP. Unter anderem haben wir nämlich einmal dort eine kostenlose Spitzhacke und zwar die hier, diese Spitzhacke. Dann haben wir noch eine kostenlose Lackierung und noch einen kostenlosen Gleiter, wenn wir alle Challenges abschließen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Zusätzlich dazu dann noch einmal insgesamt 120.000 XP, denke ich mal, ist auf jeden Fall ganz nice. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal direkt mit den ganzen Challenges und ja, wie gesagt, sind nicht schwierig. Als erstes muss man ganz einfach bei der Agency landen, das heißt, ihr geht einfach in eine normale Runde Solo-Duo oder Teams rein oder von mir aus auch den Spiel der Spione-Modus, da müsst ihr immer nur Glück haben, dass ihr bei der Agency auch seid. Aber ansonsten einfach einmal in eine ganz normale Runde reingehen und bei der Agency landen, da zählt, glaube ich, auch die ganze Insel. Also komplett easy tatsächlich die Challenge. Die nächste Challenge ist tatsächlich genauso easy und zwar müsst ihr insgesamt 10 Augen des Sturms überleben. Bei der Agency müsst ihr auch nur ein einziges Mal landen, also sehr, sehr entspannt. Und 10 Augen des Sturms überleben ist auch relativ leicht, geht dafür einfach ein paar Mal in eine normale Runde rein und dann habt ihr das relativ schnell tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es zählt. Also ich glaube, selbst wenn die erste Zone zu ist, dann zählt das ja schon als erster Auge des Sturms. Und insgesamt in der Runde gibt es, glaube ich, neun Augen des Sturms. Das heißt, geht einfach einmal in eine Runde rein und überlebt ein bisschen. Den sollte man easy tatsächlich schaffen. Spätestens nach ein paar Runden hat man es irgendwann automatisch. Müsste sogar im Spiel der Spione-Modus, glaube ich, zählen. Also sehr, sehr leicht. Dann müsst ihr noch als nächstes eine verschlossene Truhe, eine Fraktion bei Spionagebasen öffnen. Das sind die ganzen Basen, also alle möglichen Basen, die jetzt in dieser Season dazugekommen sind. Das heißt, the Agency, the Shark, the Rig, the Grotto, the Yard. Dann natürlich noch diese Ghostbasis da und dann noch die ganzen Shadow-Unterschlüpfer. Der da oben. Dann natürlich noch der, der und der noch im Pleasant Park. Das sind die ganzen Spionagebasen. Irgendwo dort müsst ihr dann eine verschlossene Truhe durchsuchen. Hier beispielsweise in der Agency befindet sich eine hier auf der linken Seite drin. Eben halt wird die jetzt nicht angezeigt, aber ich glaube, die müsste entweder hier sein oder eine Etage drüber. Auf jeden Fall sollte man das easy machen können. Wichtig ist eben halt, dass nicht die ganz normalen Henchman-Kisten sind. Also die, die man nicht öffnen muss, sondern man muss dann eben halt tatsächlich das Ganze scannen. Das heißt, ihr müsst euch entweder verkleiden oder mit einem Henchman davor gehen und das Ganze scannen, damit ihr die Challenge erledigt. Als nächstes ist dann wieder eine Challenge bei der Agency. Also tatsächlich kann man fast alles tatsächlich bei der Agency machen. Dafür müsst ihr einmal hier ins Wasser gehen und wie es wahrscheinlich schon am meisten erkennen konnten, ist jetzt bei den Luken hier so leichtes Blubbern. Und da müsst ihr einfach einmal rüberschwimmen. Einmal hier so rüber, ihr müsst nicht rüberspringen oder so, sondern einfach einmal rüberschwimmen. Dann habt ihr das. Wahrscheinlich zählt am Ende sogar noch, wenn ihr so rüberschwimmt. Also komplett einfach. Müsst ihr auch insgesamt tatsächlich nur einmal machen. Also sehr, sehr entspannt. Und als letztes müsst ihr dann nur noch handlang an verschiedenen Unterschlüpfen eliminieren. Unterschlüpfe sind dann eben mal die ganzen Shadow-Unterschlüpfe. Also einmal der da unten, dann der, der in Pleasant natürlich. Da oben dann noch der und der. Das sind die ganzen Shadow-Unterschlüpfe. Dort müsst ihr einfach insgesamt drei Henchmans eliminieren. Dann habt ihr das Ganze auch. Und bei den verschlossenen Truhen müsst ihr auch nur drei öffnen. Also alles sehr, sehr entspannt. Und das war es dann auch schon soweit mit den ganzen Challenges. Wie gesagt, wenn ihr das alles abgeschlossen habt, bekommt ihr insgesamt drei Items. Und dazu natürlich nochmal 120.000 XP. Was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Ich hoffe, es hat dir dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.